Wir sind hart! Wir sind rücksichtslos, arrogant, blöd und hart! Und die Firmen-Ector-Skills sind Pussys! Und Kim Jong-il ist ein Arschloch! Pussys mögen Harte nicht, weil Pussys von Harten gefickt werden! Aber die Harten ficken auch Arschlöcher! Arschlöcher, die auf alles scheißen wollen! Pussys glauben vielleicht, sie können auf ihre Weise mit Arschlöchern umgehen, aber das Einzige, was ein Arschloch ficken kann, ist ein Harter mit Eiern! Das Problem mit den Harten ist, dass sie manchmal einfach zu viel ficken! Oder ficken, wenn es unangebracht ist! Ja, Gary, ja! Und nur eine Pussy kann ihm das klar machen! Aber manchmal sind Pussys so voller Scheiße, dass sie selbst zu Arschlöchern werden! Denn Pussys sind nur zwei Finger breit vom Arschloch entfernt! Ich weiß nicht sehr viel über diese total verrückte Welt! Aber eins weiß ich genau! Wenn ihr uns dieses Arschloch nicht ficken lasst, werden unsere Harten und unsere Pussys komplett vollgeschissen sein! Ei, was solltet ihr nicht sch infiltrate? Alles ist nicht so groß! Was solltet ihr nicht machen, sie geht? Das ist richtig, was solltet ihr uns mal einiges Abfall! Was solltet ihr euch nicht als nächstes Jahr? Aber das solltet ihr nicht machen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.